Komm, lass es, okay? Ne, ich will die Fasnatur. Aber ich bin alles so... Okay, komm. Go. Au. Okay, ich hab sie... Ah! Hallihallo, meine Lieben. Guten Morgen. Wir haben heute ein neues Video für euch. Und zwar geht es um... Ganz viel Tesafilm. Ja, dieses Video haben wir nämlich bei einem britischen YouTuber entdeckt und dachten, da habt ihr auch Spaß dran. Im Grunde genommen stellen wir uns einfach gegenseitig Fragen. Und wenn wir eine Frage falsch beantwortet haben, kriegen wir von unserem Mitspieler irgendeinen Gegenstand ums Gesicht getapet. Ich würde sagen, ich stelle dir mal die erste Frage und wenn die falsch ist, ja, dann kriegst du den ersten Gegenstand von mir höchstpersönlich an deinem Kopf getapet. Oh, ich will nicht. Okay, ich hab mir Folgendes überlegt. Du hast genau drei Sekunden Zeit zu antworten, ja? Drei. Richtig. Oh, Julian, das kann ich niemals. Klar. Wie viele Zahlen hat meine Handynummer? Äh, zehn. Du hast drei Sekunden Zeit und ballerst es nach einer Sekunde raus? Ich hatte Angst, dass ich es nicht verschaffe. Weißt du, so schnell kann ich es nicht mehr? Es ist zwölf. Ach, scheiße. Weggucken, guck weg. Mal gucken, was ich hier rauszauber. Ich hab mir gedacht, von dem Anfang tape ich dir doch mal einfach. Hopi, Uli. Hält sich mal kurz vor. Was? So? Wie soll das denn eigentlich? Warte, mach so. Warte. Das hält niemals. Das ist jetzt echt ein bisschen knifflig. Warte. Jetzt hältst du meinen Finger auch noch fest. Warte, dann darf ich auch abmachen, oder? Wenn das meine Mutter, sie sagt, ihr Kind, das ist Tesafilm-Verschwendung. Das hält doch so nicht, du Idiot. Ah. Okay, lass mal los. Wundervoll. Okay, also jetzt geht es los in meiner Frage. Und zwar. Bist du ein Einhorn? Geil, den Mund. Könnte ich jetzt irgendwas ganz einfach so machen. Aua. Du hast auch nur drei Sekunden Zeit. Ja, auf einmal. Wie viele Parfüms stehen von mir im Bad? Sechs. Falsch. Wie viele denn? Drei Zehn. Ja, ist mir doch egal. So, weggucken. Mal rasch mich. Klebst du mir irgendwo hin? Ich will gar nicht wissen, was es ist. Willst du nicht gucken, was ich dir jetzt anrufe? Nee, ich will dir nicht weg. Ach komm, ich brauche aber deine Hilfe. Jawoll. Was ist das? Ein Handmixer oder was? Ja, aber nach sieht es denn sonst aus? Jetzt halt mal. Wieso bin ich nicht da draufgekroft? Halt mal so fest, bitte. Bitte nimmst du bitte Rücksicht auf mein Auge. Das kann nichts dafür. Arsch. Nein, nicht meine Nase. Vergiss es. Objanka, doch nicht immer das Auge. Dann sehe ich doch nichts mehr. Ja, ich sehe auch nichts. Wie soll ich denn? Ja, es klebt. Mein Gott, es hängt. Warte, das kam. Oh, das ist... Oh. Guck mal, mein Kopf hängt runter. Boah, Bianca. Du wirst euch verprügelt. Ist gut jetzt. Au. Du siehst so kacke aus. Verdammt, das finde ich so nur selbst witzig. Nächste Frage. In der Grund... Ey! In der Grundschule habe ich einmal Ärger bekommen und meine Eltern mussten meinem Mitschüler 5 Euro zahlen. Wieso? Oh Gott. Nehme ich mal als keine Ahnung. Weil du ihm auf den Schuh gespuckt hast. Nein, ich habe seine Mütze aufs Dach geworfen. Nicht dein Ernst, oder? Okay, finde ich schon... Bin zu euch verarscht, ne? Hab ich doch gar den Toaster mitgebracht. Das meinst du nicht. Jetzt mal bitte fest. Julia! Aua! Julia, du kannst mir den Toaster... Das ist das bestörteste Video, das ich jeweils nicht... Wie soll ich das denn jetzt festhalten? Ich kann mich... Ich sehe nichts, ja. Okay. Das kann ich mir jetzt in das Ohr machen, das Kabel. Okay, du hast wieder drei Sekunden Zeit. Das war meine Idee mit den drei Sekunden. Ist ja egal, jetzt hör ich dir. Okay. Sie heißt meine Oma aus feiern und Vornamen. Drei. Zwei. Marie! Nein, falsch. Gertrud. 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 Ich hasse es nicht. Wie kann man denn Gertrud heißen? Dadah! Was ist das? Ein Ball. Ja, toll. Ich habe echt noch nie an den Leser so scheuert. Es kann nicht sehen aus wie die größten... Oh, ich ziehe das Auge nicht mehr auf. Kann ich das aufschneiden? Nein! Halt hin! Glaubst du nicht, dass ich gerade einen Handmixer in meinem Kopf habe? Wieso geht das jetzt einfach ab? Geht's noch? Bitte nicht über meinen Mund, das tut mir weh. Oh. Das ist ein Wunderschön. Es klebt. Es ist ein Ball. Mein Gott, ist gut jetzt. Okay. Aua! Passt doch auf mit dem Toast. Wann habe ich Namensdagen? Drei, zwei, eins, wof. Am siebten, vierten. Nee. Scheiße, nein. Am siebten, zwölften. Am siebentzwanzigsten. Guck weg. Oh, scheiße. Ich wusste irgendwas jetzt sieben. Jetzt habe ich mir irgendwas gedacht. Das geht gar nicht mehr auf. Was denn? Ich habe mir jetzt so dieses Glasding mitgebracht. Das ist natürlich jetzt total schwer. Wie höfst du denn eine Glasschüssel? Was ist denn mit einer Kerze? Ey, geht's noch? Weißt du, wie viel die wiegt? Alter, weiß ich, wer die ist. Du hast die... Oh, oh, okay. Warte. Die kippt nach vorne. Die kippt nach vorne. Ich wette, ich passe auf. Ich habe alles unter Kontrolle. Du hast... Oh, Mann! Du hast mein A eingetragen. Nächste Frage. Ich kann mich ja an dein Handy ranmachen. Von welcher Marke war meine allererste A-Wand-Uhr? Casio! Scheiße, woher heißt du das? Das ist die einzige Uhr und Marke nicht. Oh, scheiße, das heißt du jetzt nicht ernst? Das heißt, ich bin dran? Ja. Drei Sekunden. Wie hieß meine Grundschullehrerin, bevor sie geheiratet hat? Oh, Gott. Frau... Vorbei. Hilfigen Helia? Ne, war die Frau Glür. Und woher soll ich so was essen? Wo soll ich wissen, wie viel Parfums im Badezimmer stehen? Oh, Julia, nein! Soll ich den denn jetzt auch festmachen? Halt sie mal kurz fest? Okay, okay, es reicht! Okay. Sag ich dir mal anmachen. Wie hieß deine Grundschullehrerin? Drei... Als ob du dieselbe Frage hättest! Drei, doch, eins... Die lügt einfach. Nein, ich schör's dir. Frau Braun. Nein, Frau Ott. Aua! Wie soll ich dir jetzt einen Gegenstand aufholen? Oh, ich hab Kopfschmerzen. Guck mal weg! Das hast du so eng gemacht. Ich seh eh nix! Eine Klobürste! Ist aber nicht benutzt, oder? Nein. Okay. Ey, Julian, du hast einen Aar eingetangt. Wie soll ich denn jetzt hier clear hören? Oh, das tut richtig weh. Kannst du bitte aufpassen, ich hab eine empfindliche in der Aua. Ah! Au, das kratzt voll! Ah, das kratzt voll! Okay, lass das einfach hängen. Lass den Tesafilm hängen. Wie viele Fünfen hatte ich in der kompletten Oberstufe auf meinem Zeugnis? Auf allen Zeugnissen zusammen. Zwei? Drei! Nein, es waren nur zwei. Nur. Und zwar in einem Fach. Und das war... Äh, Biologie. Nein, es war Informatik. Dafür kriegst du jetzt zwei Sachen. Nein! Wieso hast du das jetzt an meinen Augen? Ja, an deinem Kopf ist irgendwie gerade wenig Platz. Bibi, ich hab das eh. Der Spiegel ist abgegangen. Komm mal, Bibi. Hier. Wir haben uns doch lieb, oder? Ich muss den Spiegel wieder dran machen. Ist das wichtig, dass wir hier gleich alleine rauskommen müssen? Bibi, ja. Du dann doch, dass wir keine Nähe rauskommen. Okay. Dann würde ich sagen, das war's. Das war's, Leute. Oder hast du noch eine Frage? Ich glaube schon. Was? Ich weiß nicht. Wie heißen meine Lieblingsflumen? Hyazinthen. Hyazinthen. Nein! Hosen. Nein! Tulpen. Nein! Nelken. Stopp, nein! Wie heißen deine... Komm mit! Wohin? Hier zu mir. Aua! Au! Au! Das tut... Au, 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 au! Was willst du mir jetzt hier noch dran kleben? Eine Tastatur. Aber okay, wir lassen das. Eine Tastatur. Komm, lass es, okay? Nee, ich will die Tastatur. Aber wir tun alles so. Okay, komm. Go. Au! Okay, ich hab sie... Aaaaaaah! Ein sehr chaotisches Video, würde ich sagen. Julian, du musst aufhören. Soll ich es mir vielleicht selbst irgendwo hintellen? Komm, willst du sie vielleicht mal fest? Ja. Komm, wir kleben jetzt einfach hier noch rein. Krieg schon mal deinen Abschluss. Oh, mein Lieben. Das war das heute Video. Das ist das Verscheuertste, was ich jemals in meinem Leben gemacht habe. Ich hoffe, wir konnten euch zum Lachen bringen. Und wenn die haben wir uns selber einen Daumen nach oben freuen. Dann schaut auch hier bei meinem letzten Video vorbei. Und bis dann. Tschüss. Au, 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 au. Ist das vorbei? Da hab ich jetzt raus. Ja. Julian, mach mir den Handmixer ab. Mach mir das Glas ab. Mach mir das Glas ab. Mach ich mal. Oh, scheiß, hast du eine Schere? Au. Schere. Das hab ich mir so bei meinem Macher angekriegen. Entschuldigung. Können Sie mir vielleicht helfen? Oh, Mann, ich hab ein Freude. Au, au, au. Puh. Puh. Donné. Das. Hundraht. Und neck Machen. Bis zum nächsten Mal.